hallo grüß gott meine dreamies ich dafür ganz herzlich willkommen zum nächsten part von unserem spooktober let's play igimon survive im letzten part haben sie richtig random alcoman und floramann in ihr ultra level digitiert jetzt sind wir auf dem weg richtung fabrik wo die bösen lauern ich bin schon gespannt ob das jetzt wirklich das ende vom ersten playthrough ist weil dann muss ich die uploads ein bisschen wieder reduzieren muss ich schauen wie das strecken kann ist dann aber ja so viel ich war so digimon survive zwölf kapitel aber ich weiß nicht ob die zwölf kapitel im ersten durchmarschen oder erst dann im new game plus aber ja ansonsten wird es einfach zu viel zu schnell rauskommt unser helloween let's play ist früher vorbei als gedacht das hoffe ich natürlich nicht aber schauen wir mal weil irgendwie ist das gott endgame stimmung bei die meisten charaktere aber schauen wir mal was passiert das war ja ich habe etwas zu haben lerne офlern äh doch die das nicht ja die ab Ich weiß nicht, ob ich das Gehäuse und das Gehäuse von diesem Gehäuse bin, aber es ist nicht so, dass ich das Gehäuse und das Gehäuse bin. Was? Kiyozu? Ah, das tut mir leid. Ich hab' mir geholfen, dass ich mich nicht interessiert habe. Dann noch mal wieder. Oh, ja. Kannst du mit dieser Kimonogami etwa Karuroma... Lass mich mit dem Professor noch etwas machen... Okay, passt. Dann haben wir jetzt noch die anderen. Gehen wir zu Mio und Chakoman. Das Mio und Chakoman. Vielleicht sollte ich mit ihnen reden. Es ist der letzte Kampf. Und genau deswegen verstehe ich es, ne, Gons? Chakoman, perfektes Timing. Ich habe gerade... Ops. Sie hat etwas gefressen. Ist es weggelaufen, stimmt Chakoman? Ja, ich habe es auch gesehen. Sie schiel so etwas wie Nüsse zu fressen. Verstehe, das macht mir etwas Sorgen. Ich hoffe, es ist noch in der Nähe. Wer auch immer das isst. Wir dürften bezahlen, mein Essen zu klauen. Unverschämtheit. Was ist los? Tut mir leid. Ich war nur überrascht, als sich mein Handy angemeldet hat. Toll, wieder so eine komische Nachricht. Was hat das zu bedeuten? Diese seltsame SMS. Habe sie einfach ignoriert, weil sie keinen Sinn ergeben. Habe sie eine Art Code sind? Und was mit einem Geheimnis in dieser Welt zu tun haben? Vielleicht, wie auch immer. Ich schaue mich jetzt nach diesem Monster um. Habt ihr viel Glück? Ja, das geht auch noch vom Sprechen her. Aber ihr merkt schon, mein Stimme ist schon wieder ziemlich angeschlagen. Oh, danke mal. Hallo. Sag nicht, du ruhst dich aus. Bist du bereit aufzubrechen? Ups, noch nicht ganz. Du gehst dann zu spazieren? Es bestimmt nicht so viel Freizeit zu haben. Wieso machst du gerade jetzt solchen Unsinn? Wieso nimmst du das nicht ernst? Wenn du Zeit zum Spazieren gehen hast, solltest du dich fertig machen. Uff, musste mir ganz schön was anhören. Ich will wissen, wie es den anderen geht, aber dafür muss ich mich umgehen. Vielleicht bin ich nur nervös, ihre Gesichter zu sehen. Beruhigt mich. Wird es mir besser gehen, wenn ich mit ihnen rede? Ich darf ihnen nicht zur Last werden. Doch, du darfst. Ich wollte wissen, wie es allen vor dem Kampf geht. Ich wollte nur eure Gesichter sehen. Du wolltest also rumschnüffeln? So wie immer, was? Hey, ich bin sicher, Tagum hat es gut gemeint. Sei nicht so streng mit ihm, oder Tagum? Du hast recht, wir sollten dich mit ihm schimpfen, nur weil wir ihn nicht nervös sind. Dazu hast du nichts zu sagen. Tut uns leid, dass wir dir Sorgen bereitet haben. Taguma, uns geht's gut. Okay, ich schaue mich noch etwas um. Dann mache ich mich bereit. Dann bleibt eh noch mehr. Die Sporthalle. Mit Saki, Aoyunko. Sind da Aoyunko und Saki? Sie bereiten sich auf den letzten Kampf vor und ich sollte mit ihnen reden. Hey Aoyunko und Saki, läuft alles mit der Vorbereitung? Essen, leckeres Essen. Hey, ihr wird nicht genascht. Das mache ich doch gar nicht. Hm, sind aus dem Beutel auch immer Nüsse verschwunden? Oh, stimmt. Vielleicht hat jemand irgendwelche gegessen. Guck mich nicht so an. Ich habe nicht gesagt, dass ich dich bedächtige. Ich weiß auch nicht. Ja, das sehe ich. Was? Taguma? Was machst du denn hier? Ich kam zufällig vorbei. Moment, hast du etwa die Nüsse gefuttert? Was? Auf keinen Fall. Ich würde dir sowas zutrauen. Haha, war nur Spaß. Bin das nicht so ernst. Immer hier am rumalbern. Ich wollte die nur aufziehen. Sei nicht gleich so sauer. Oh. Ja, du kannst die restlichen Nüsse was Entschuldigung haben. Greif zu, Takuma. Die brauchen sie sowieso nicht für den Vorrat. Sie gehören also dir. Sie sehen lecker aus, dass sie ihnen geschenkt waren. Lebe ich sie mir auf. So, dann gibt es ja nur mehr den Bereich. Ich bin der Bericht. Das war's für den Erwartungen. Ich bin der Bericht. und vielleicht noch Lunchein. Ich werde jetzt noch loswerden. Ja, ich bin der Bericht. Ich bin der Bericht. Was für einen Banal? Ich bin der Bericht. Also, was ich verabschiedet? Es ist schwierig, wenn wir die Bewegung der Bewegung haben, dann wird es schwierig, wenn wir die Bewegung haben. Wenn wir die Bewegung haben, dann müssen wir uns vorbereiten. So, so ist es. Sorry, ich habe mir gesagt, dass ich mich verletzen kann. Ah, ich habe mich nicht gesagt, dass ich mich nicht gesagt habe. Ich werde jetzt gehen. Ich glaube, dass ich nicht vorbereitet habe. Ich bin schon mal hier. Ja, 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 ich bin kein Körger! Oh, was soll ich noch nicht? Das ist nicht so. Ich bin schon mal auf dem Körger. Ich bin mit dem Körger und ich bin mit dem Körger. Entschuldigung. Okay, dann gehen wir weiter, aber wir können uns auch schnell kommen. Oh, ich weiß nicht. Wo war ich denn? Was ist das für ein Geräusch? Sonder jemand? Irgendwoher erkenne ich die Melodie. Rakuma, da ist es! Was ist das für ein Geräusch? Aber dadurch, dass der Professor dieses Lied gesummt hat, hat sie meine Theorie bestätigt, der Professor ist Haru aus der Zukunft. Damit ist meine Theorie bestätigt, D.V. Arz war Parts aufgeschüttet, Professor ist Haru aus der Zukunft. Hm? Ah, das sind Sie. Es war vielleicht schon eine Zeit, oder? Oh nein, das ist es nicht. Ich habe mich in der Nähe des Geist, wenn ich mich in der Nähe des Geist, habe ich gemerkt, dass ich mich in der Nähe des Geist. Ich habe mich in der Nähe des Geist und mich in der Nähe des Geist. es ist ganz okay das wäre gleichzeitig besorgt unglücklich まあ...どうして今になって階段が見つかったりしたんでしょうか さてなあ...単に見落としていただけかそれとも誰かが道を開けたのか 僕最近の出来事とはどう関係しているのかも気になるな 教授...また考えこんじゃったぞ Ah, war es schwer. Ich wollte mich jetzt gehen, weil ich mich hierher gehe. Aber, warte... Herr Professor, hast du schon gesagt, hast du die vorherige Gedanken gemacht? Hm? Ja, ich glaube, aber... Na... Wundert mich darüber, Haru und diese Rätsel, Mono, hat irgendwas mit Garuruman zu tun. Aber warum Garuruman? Garuruman ist der Feind. Dann ist er, gibt es Gesumme. Solo, viele Fragen. Wo soll ich bloß anfangen? Hmm, man. Lied, du wirst Lied wissen, du wirst wissen, wo er dieses Lied hat. Ah. Ich habe nur noch keine Melodie in meinem Kopf gehabt. Aber ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Aber ich habe mich überrascht. Da haben wir die Bestätigung. Der Professor ist Haru aus der Zukunft. Ich glaube, das ist so. Diese Lüge ist für meine Mutter. Ich glaube, das ist ein kleines Handwerk. Das ist kein normales Lied für ihn. Er könnte sehr bedeutend sein. Ich habe das nicht geplant. Ich habe die Begegnung. Ich habe das nicht geplant. Ich habe das nicht geplant. Ich habe das nicht geplant. Aber ich wollte nicht mehr sagen, was ich noch gar nicht mit mir vieles zu sagen. Das stimmt. Was ich noch gar nicht mit mir auf? Was ich noch gar nicht mit mir? Es ist schon ein paar Jahre alt. Nein. Es war schon gar nicht mit GALUR-MON. Das war ich schon lange, um am Ende zu sehen. Ich glaube, er hat sich mit Gharul-Mann gebetet, was er in der Kindheit gebetet. Ich glaube, er hat sich vor mir gebetet. Was ist das, was er als敵? Oder ist er als Agu-Mann? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht daran erinnere, aber ich weiß nicht, dass ich ihn weiß. Der Garrelmon hat sich auf die Begegnung auf die Begegnung auf die Begegnung. Ich weiß nicht, dass er etwas zu tun hat. ... oder? Ich weiß nicht. Wenn ich mich daran erinnern, ist es nicht so, dass ich mich daran erinnern kann. Herr Professor. Wie war das mit Haru-Kun? Bitte erzähl mal. Was ist das? Ich glaube, das ist ein bisschen früher. Ich glaube, das ist nicht so richtig. Aber ich glaube, das ist ein bisschen wie ich... ...Kyōjus? Was ist das? Oh, nein. Ich kann nicht gut sagen. Ich kann nicht so gut sagen. Ich habe ein bisschen gesagt, aber ich habe keine Ahnung. man scheint ist der professor auch ganz verwirrt er scheint nicht zu verbergen und vielleicht weiß er es einfach nicht glaube ich habe erst mal genug gefragt es ist Hau und Miyuki... Nein... Oh... 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 Hau... Ist das... Oh... 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 Ich bin keine Ahnung... Entschuldigung... Okay... Ist das... Notbar ist... Ich und Klinik... Das war... Hau und Miyuki... Das hat mein Kind... Aber Hau und ich bin so einer von Hau und als ich. Das ist geil, das ist richtig geil. Was ist das? Was ist hier los? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben passiert. Was ist das? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben erinnern kann. Aber ich bin... Warum? Ich weiß nicht, dass ich mit meinem Freund und ich... Sie sind... Du und deine Schwester, seine Kindheit ist lange her. Die Ähnlichkeit könnte Zufall sein. Aber warum sollte Haru denn gerade in diesem Zimmer mit dem Professor reden wollen? Er ist ganz blass geworden. Meine Fragen könnten ihn gerade überfordern. Wenn ich ihn verstehe, ist er ziellos. Ich sollte erstmal dabei... Können wir noch über etwas anderes reden? Wenn wir in der Stadt nach der Stadt gehen, können wir die Stadt durchführen. Wir müssen noch einmal die Stadt erkennen. Wenn wir so etwas erinnern können... Ah, das ist vielleicht nicht so. Wenn man sich in die Erinnerung anbieten kann... Herr Romance, darum Miku und die Bräufe zu kennen. Die drei müssen Teil eines großen Geheimnisses sein. Wir müssen alle warten. Wir müssen jetzt gehen. Ja. Können Sie gehen? Das ist kein Problem. Ich weiß nicht, dass ich die großen Geheimnis habe. Wenn ich die Erinnerung habe, dann werde ich dir alles zu tun. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich bin endlich gekommen, Tuckma! Was hast du mit dem Kiong? Sorry, ich habe mich nur in der Hoffnung. Oh, ich kann mich daran denken. Entschuldigung, aber es ist alles in Ordnung. Das war's für heute. Dann... Dann gehen wir... ...durch das Wasser. Es ist sehr schön, aber... ...den wir nicht sagen. Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Wir gehen! Wir müssen nicht gehen. Das war's für heute. Ich weiß, dass ich nicht die Kabinette bin. Ich weiß auch, dass ich es nicht verletzen kann. Es ist nicht die Bezüge, es ist ein Problem. Ich kann nicht die Bezüge auf den Schwenkplatz sein. Ich weiß, dass ich es. Es ist nicht die Frage, ob ich es hier verletze. Was ist das? Das ist das... ... ... und da ist der Ort, der sich in der Stadt geflogen hat. ... ... und ich habe nicht gedacht, dass ich mich nicht daran erinnere. Ich meine nicht so, aber es ist das anders, dass ich das Gefühl habe. ... ... ... Oh, ich glaube, dass ich mich nicht mehr so fühle, was ich. Es ist natürlich ein Schuss, das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, dass ich nicht so viel mache. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so verletzen kann. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, was ich nicht mehr so fühle. Ich kann mich nicht verletzen. Das stimmt. Ja. Ich werde das hier schnell wegziehen. Ich habe noch nicht mehr als敵, aber ich glaube, es ist sicher. Ich werde jetzt wieder gehen. Ah, ich will jetzt die Licht und die Licht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was? Aoi, hast du gerade gesagt? Hä? Nein, ich habe nicht gesagt, aber... So, Saki? Ich kann nicht so schlafen. Aber ich glaube, dass ich mich so schlafen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Jaaaaaaaaaaaaaaah! Das ist... woher ist er? Hey, Dracum! Ich habe ihn nicht geholfen! Hey, hey! Ich glaube, ich habe noch nicht geholfen. Was habe ich mit dem Gehirn geholfen? Das war's für heute. Fertig sind auch alle von den Kasten. Das ist eine Sache. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Er hat mich mit mir geschreit. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vorher ist das Game dann vorbei. Oder gibt es noch was? Wenn das Game dann vorbei ist, dann habe ich ein riesengroßes Problem mit meinen Parts. Ich meine, ich kann nur ein paar Parts wieder anders planen, aber trotzdem. Trotzdem werdet ihr nicht so gut. Ich bin ein für mich auf der Geist zu sagen. Ich nehme zu sagen. Ich bin ein für mich, Schuzen für mich auf der Geist der Geist. Das war's für heute. Ich bin so schnell! Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Das war's für heute. So, dann haben wir die Kiste gekriegt, sehr schön. Natürlich tauchen der Dokuguman auf. Natürlich tauchen der Dokuguman auf. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. So? So? So, dann müssen wir jetzt alle mit Minoru quatschen, damit er schön alle Boosts kriegt. So, dann kommen wir rein. Komon, let's go. Er hat jetzt so viele Buffs, Intros, das hätte eigentlich easy überstehen alles. Okay, diese Kugumon heilen sie alle. Wird nicht so viele Kisten gekriegt. Ich glaube, dass ich nur das Gefühl habe, dass ich nur das Gefühl habe. Das ist so schön. Was ist das? Miyuki So meine lieben Dream ist aber an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich den Part für heute. Wenn ihr es bis zu her geschafft habt, lasst ein Like da, abonnierst den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Uploads mehr zu verpassen. Da ist der letzte Part irrsinnig, irrsinnig awesome gewesen. Unten ist die Playlist, falls ihr das ganze Projekt später schaut und nachverfolgen wollt. Ansonsten wünsche ich euch nur einen wunderschönen Oktober, eine wunderschöne Halloween Zeit, eine wunderschöne Grusel Zeit und man sieht sie im nächsten Video wieder.